Hallo, mein Name ist Chris Mattig, ich bin Friseur aus Günzburg, habe dort zwei Salons und bin zusätzlich noch der Lead Educator für das deutsche Moser Artistic Team und Technical Trainer Europe für die Marke Moser. Durch meine Tätigkeit als Trainer habe ich schon etwas früher die neue Kuno von Moser bekommen und ich möchte euch heute ein paar Kleinigkeiten über die erzählen. Zunächst schaut die auf den ersten Blick ein bisschen klein aus, aber was ich richtig gut finde ist, obwohl die so klein ist und perfekt in meine Hand passt, hat die eine Power wie keine andere Maschine, die ist so super angenehm zum verwenden durch den anderen Motor, der da drin ist. Selbst meine Kunden haben, als ich die an dem Kopf angesetzt habe, haben meine Kunden gesagt, die fühlt sich anders an wie die anderen Maschinen. Also super angenehm, ich freue mich darauf, wenn so viele Leute wie möglich das probieren. Und was noch schön ist, wir haben da nicht nur ein Schneidersatz dabei im Package, sondern wir haben das Blending Blade und das Standard Blade. Die kann man beide wie gewohnt ganz einfach abklippen, sauber machen. Mit dem Blending Blade habe ich zusätzlich eben noch die Möglichkeit ganz nah an die Haut zu kommen und in verschiedenen Schnittlängen durch die spezielle Zahnung miteinander zu verblenden. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß mit der Maschine. Ich mag sie einfach.